Das ist hier so ne Tyrannei. Na du süße Maus, ich flank' dich jetzt ganz enorm weg. Wir haben einen Stock fliegen lassen. Das Geile ist, diese Heliumflaschen ist immer so leicht, weil da Helium drin ist. Ja, das sieht mega an. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wundervollen Kanal. RISO! Ja, LOL! Das war nicht so gut. Nochmal, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Kanal, der da heißt RISO. Ja! Hervorragend. Ich habe zwei wundervolle Gäste hier, nämlich zum einen den Ju und zum anderen die Julia. Tschüss, wie groß geht der? Jedenfalls, wir haben einen Heliumkanister, da ist Helium drin. Das heißt, wir gehen gleich da hin und stülpen da unsere Sachen drüber, füllen die dann und dann atmen wir und machen was mit Helium. Aber das ist noch nicht ein sinnvolles Konzept für ein Video. Deswegen hat der liebe TJ, sag mal Hallo. Hi! Der gibt uns gleich Aufgaben. Das heißt, reihum müssen wir das atmen und dann kriegen dann irgendeine Aufgabe. Und das müssen wir dann halt machen. Aber noch nicht genug. Es kommt noch was oben drauf. Nämlich, wenn wir lachen, kriegen wir Wasser ins Gesicht. Ins Gesicht. Hier sind einmal eure Aufgaben. Dankeschön. Was steht denn da drauf? Sag mal. Like. At Julia Beautix. At Rezo. At Julian Bern. Beauty-Tante steht da? Ja, sprecht durcheinander, weil dann versteht man alles. Und liked auch bitte die Dicks von TJ. Danke. Was von TJs? Die Dicks von TJ. Unsere Instagram-Kanäle. Das ist eine schöne Schriftjungen. Ihr könnt uns da ja folgen. Voll süß. Wir blenden auch den Instagram-Account von TJ mal ein. Der muss mal auf die 10k kommen. Ist das so? Wie viel hast du? Fünf oder so. Also da müssen wir ein bisschen pushen, würde ich mal sagen. Soll ich einfach anfangen? Du fängst an. Okay. Ich teste jetzt. Nein, nicht testen. Wir müssen direkt loslegen mit dem Game. Jetzt gilt Lachen verboten. Wer lacht, kriegt was ins Gesicht. Gesicht? Mann. Die hat doch gelacht. Hä? Aber noch nicht. Was? Es ist so assoziat. Immer so Tim entscheidend selber. Komm jetzt anfangen. Mann, es nervt. Ich mach endlich. Los. Ich krieg ne Aufgabe. Ey, wir sind gleich so nass, ne? Also denkt dir einen Spruch aus, den man in einem Porno vor dem Akt sagen würde und trage ihn seriös vor. Geht nicht. Ich muss jetzt schon lachen. Das ist gut. Ey, ich hab doch nix gemacht. Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Die lacht. Er lacht. Ich entscheide, wann was gemacht wird. Und ich dachte, einmal kurz. Einmal kurz. Setzt euch hin. Ich mach jetzt ein Porno. Ich mache Pornos. Also. Jetzt der Spruch. Na du süße Maus, ich flank dich jetzt ganz enorm weg. Nein! Nein! Aber ich glaube, er hat auch gelacht. Nein! Boah, ich werd voll schwindelig. Ja, das ist ja auch nicht gesund, Junge. Du bist dran. Zieh! Ich muss das noch aufbrauchen. Das ist aber ein Lacher. Dies ist der Anti-Joker. Du bekommst... Oh, warte. Das ist schlecht. Ab sofort? Ab sofort. Immer wenn jemand anderes lacht, auch eine Schott ab. Echt? Boah, ich hasse dich. Das ist einfach... Das ist einfach... Warum denn nicht? Warum denn nicht? Aber ich dachte, sie bekommt eine... Ja, aber du ja auch. Sag mal, bist du dumm? Bin ich eigentlich dumm? Ich weiß es nicht. Das ist das... Ich hasse dich so sehr! Oh, scheiße! Ding ist das so scheißegal. Ey, ich hab längst aufgehört. Wir können nicht außerdem hab ich das hier! Okay, du bist dran. Du, mach deinen Luftballon. Zack! Rege dich so richtig über etwas auf. Das kann ich nicht so gut. Doch, das kriegst du hin. Richtig krass. Stell dir einfach vor, du kommst zu einem Dreh und es gibt keine Kamera. Und dann guckst du dein Team an und die sind alle high und sagen, Was ist los, Tika? Erspann dich mal! Oh nein! So, jetzt richtig aufregen! Hey, was soll das hier? Ihr seid alle mega breit! Das geht doch gar nicht klar! Wir müssen drehen! Und du, Ernst, warum lachst du? Ey, ohne Scheiß! Das ist viel zu viel Wasser! Okay, du bist dran. Zieh! Zieh! Rufe einen anderen YouTuber an und erzähl ihm, dass du gerade richtig high bist. Das ist mega! Warum ist denn alles hier auf Drogen getrimmt? Was ist denn? Macht ihr das geschrieben, Jungs? Okay, wen ruf ich an? Ja, wen soll ich anrufen? Joey! 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 Ja? Ich bin grad voll high! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Was soll ich tun? Ich bin so high! Hilfe! Was mache ich denn jetzt? Ich bin so high! Hey, frag ihn! Woher er weiß, dass wir ein Video drehen? Woher weißt du das? Ich hab den gar nicht gesehen! Joey, ich bin auch high! Und ich auch mega! Joey! Oh, warte mal! Joey! Oh, wie gehören wir gerade? Oh, mir ist schwindelig! Hör auf! Du darfst nicht nur das atmen! Ja, ich glaub... Ah, ist weg! Tschüss! Puh! Ich finde, das ist Diskriminierung! Was ist Diskriminierung? Ich hab die doofen aufgeramiert! Ey, warum immer eh? Wir haben beide gelacht! Wer kriegt's ab? Ich! Ich hab ne Aufgabe! Ich habe ne Aufgabe! Aber noch nicht immer nach her! Tschüss! Dann mach doch ja! C, d, e, f, g, hi... Ich wollte die Tonle... Was? Ich wollte mal weg! Ja Junge! Was solltest du tun? Ja, die Tonleiter doch! Ich hab das Alphabet gesagt, deswegen hab ich selber gelacht! Fahr! Ich soll der Person neben mir kündigen! Geht doch mal schneller jetzt hier. Das Ding ist, bei Julia verändert sich die Stimme gar nicht. Hä? Wohl! Mach auf Assi. Wie auf Assi? Also fies kündigen. Jetzt nicht so hey, das macht glaube ich nicht so viel Sinn mit uns beiden. Ich weiß nicht, wie man nett kündigt, die haben noch nie jemanden gekündigt. Ey, das ist so scheiße, ich hasse nie das Wasser. Warum mussten wir das mit Wasser spielen? Ist keine Ahnung. Ey, du hast deine Arbeit so scheiße gemacht. Warum? Weil du immer breit bist. Deswegen bist du gefeuert jetzt. Ich bin gefeuert? Ja! Warum? Weil du immer breit bist. Er ist immer noch am Lachen, wieso ist er nicht nass? Er kriegt gleich einen doppelten. Ey, ich hab hier was am Bein fehlen. Ist das so gut gegen diesen Magen-Darm-Virus, dieses Helium? Ich glaube nicht. Ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, das hab ich. Warte, mich verarschen. Meine sind voll nackweilig in meiner Aufgaben. Soll man nicht sagen, was draufsteht? Dräng dich mal an, du Kleine. Ja leee! Das war voll laut. Das war so mega laut. Ja, das war meine Aufgabe. Ach so? Schrei einfallen? Ja, lol ey. Du musst sie jetzt fangen, du musst sie halten, ja? Wir können so Re-reverse-Ball spielen. Wie geil ist das denn? Einmal mit intelligenten Menschen drehen. Flirte mit einer Person neben dir. Ja! Stell dich mal dahin. Ja, wirst du jetzt sehen. Ich flirte jetzt mit dir. Flirte. Lachen verboten. Lachen verboten. Öfters hier. Ich werde... Ja. Du schöne Augen. Schönes Haar. Du und ich. Direkt heiraten. Du im Flirten bist du leider nicht so gut. Du bist durchgefallen. Okay. Okay. Dann setz dich wieder dahin. Sonst ist das mit dem Schliff... Jetzt willst du mich verscheuchen? Ja. Es sind gar nicht mehr so viele drin. Noch zwei Stück. Tschüss. Das weiß ich nicht. Es ist ein Loch unten drin. Es ist halt alles nass. Warte. Dies ist ein Joker. Du darfst zwei Wasserpistolen-Shots verteilen. Die beiden. Ich hab nicht gelacht. Stopp. Stopp. Ach so. Jetzt verstehe ich mich. Du. Ha 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 ha. Der lacht doch mega. Oh mein Gott. Der kann lachen. Nein. 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 Komm zurück. Jetzt bin ich nass. Ich kaufe wie ein seriöser QVC-Verkäufer den Merch von Rezo. Ich geb dir drüben gleich mal. Leute, guckt euch dieses Kleidungsstück von Rezo an. Es ist aus dem Rezo.shop.de. Heißt das so? Unglauben nicht. Rezo.de. Guckt euch dieses Material an. Es ist einfach so weich. Pure Baumwolle. 100%. Hervorragend. Ey. Die haben irgendwas geflüstert. Und jetzt guckt mich TJ an. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Die grinsen. Ich weiß was. Die wollen es noch mal richtig nass machen, glaube ich. Ja. Deswegen tschüss. Warum bin ich jetzt hier allein? Lachen. Nein. Nein. Wir lachen nicht. Lachen. Du bist ein Sackgesicht. Das war voll viel. Warum? Das ist hier so ne Tyrannei von TJ. Was machst du da? Mach den hier dran. Ja. Reicht das? Reicht das? Oh mein Gott. Warte mal. Tu doch rein dran. Tu doch rein dran. Nein. Wer geht da rum? Wir haben einen Stock fliegen lassen. Nimm das. Egal ist es weg. Da sind sie. Da sind sie. Hinterbaum. Ey. Das ist so ein kaonisches Video. Lass mal ganz viel davon machen. Okay, okay, okay. Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos. Gib deinen Daumen nach oben. Gib mir auch nen Shot. Wir haben außerdem auf Ju's Kanal auch was gedreht und auf Julias Kanal gedreht. Das ist hier und hier jetzt im Bett. Aber klick hier drauf. Ja. Nur hier. Da ist jetzt mein Shop. Verfiss dich. Sag was. Liken. Kommentieren. Wenn wir das nochmal machen sollen oder so, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Tschüss. Tschüss. Warte mal, warte mal. Verfiss dich. Setzt euch hin. Ich mach jetzt nen Porno.